Er steht im Tor, im Tor, im Tor und ich dahinter. Frühlich, Sommer, Hart und Winter bin ich nah bei meinem Schatz auf dem Fußballplatz. Ich hab mich im Leben nie für Fußball interessiert, aber im April, da ist es passiert. Da hat mich im Mondenschein ein junger Mann geküsst, und nun weiß ich, was ein Hobby ist. Sie hat sich im Leben nie aus Fußball was gemacht, aber er hat ihr alles beigebracht. Ich kenn alle Fußballregeln und bin obendrein, heute das Maskottchen vom Verein. Er steht da vor, da vor, da vor und ich dahinter. Frühling, Sommer, Herbst und Winter Bin ich nah bei meinem Schatz Auf dem Fußballplatz Wenn auch Sie ein Tor schießen wollen Sie haben eine Chance Machen Sie mit in die Fernsehlotterie Mit 5 Mark sind Sie dabei